Eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens Zunächst einmal, Marley war tot. Darüber besteht kein Zweifel. Sein Begräbnisschein wurde vom Pfarrer, vom Küster, vom Leichenbestatter und vom Hauptleidtragenden unterschrieben. Scrooge unterschrieb ihn. Und Ibeneser Scrooges Name war auf der Börse gut für jeden Abschluss, den er zu tätigen gedachte. Der alte Marley war so tot wie ein Türnagel. Ob Scrooge wusste, dass er tot war? Ja, natürlich wusste er das. Wie konnte es anders sein? Scrooge und er waren, ich weiß nicht genau wie lange Jahre, Kompanions gewesen. Scrooge war sein alleiniger Testamentsvollstrecker, sein alleiniger Nachlassverwalter, sein alleiniger Rechtsnachfolger, sein alleiniger Nachvermächtnisnehmer, sein alleiniger Freund und der einzig Leidtragende. Und sogar Scrooge war von dem traurigen Ereignis nicht so fürchterlich mitgenommen, dass er sich nicht noch am Begräbnistag selbst als ausgezeichneter Geschäftsmann erwiesen und ihn mit einem unzweifelhaft günstigen Handel begangen hätte. Er war ein knausriger Kerl und Leuteschinder. Ja, das war er, Scrooge. Ein habgieriger alter Sünder, der gar nie genug herauspressen, herausquetschen, an sich raffen, zusammenkratzen, eisern festhalten konnte. Hart und kantig wie ein Feuerstein, aus dem aber kein Stahl je einen großmutigen Funken geschlagen hatte. Er war einsiedlerisch und schweigsam und verschlossen wie eine Auster. Die Kälte in seinem Innern ließ seine alten Züge in Frost erstarren, kniff seine spitze Nase ein, runzelte seine Wange, machte seinen Gang steif und seine Lippen blau, rötete seine Augen und knirschte beißend in seiner rauen Stimme. Er trug seine persönliche, tiefe Temperatur ständig mit sich herum. Er vereiste sein Kontor in den Hundstagen und taute es zu Weihnachten auch nicht um ein Grad auf. Niemand hielt ihn je auf der Straße an, um mit freundlichem Blick auszurufen, Na, wie geht's denn, mein lieber Scrooge? Wann kommen Sie mich einmal besuchen? Kein Bettler bat ihm um ein Schaflein. Kein Kind fragte ihn, wie viel Uhr es sei, und in seinem ganzen Leben hatte ihn noch kein Mensch um Auskunft ersucht, wie man an diesen oder jenen Ort gelangte. Doch was kümmerte das Scrooge? Gerade so war es ihm lieb, neben den wimmelnden Pfaden des Lebens einherzuschleichen und sich jede menschliche Beziehung vom Leibe zu halten. Das war sein Fall. Es begab sich von allen guten Tagen des Jahres, just am heiligen Abend, dass der alte Scrooge emsig arbeitend in seinem Kontor saß. Es herrschte trübes, düsteres, beißend kaltes Wetter, und obendrein war es nebelig. Der Nebel drang durch jede Ritze und jedes Schlüsselloch ein, und draußen lag er so dicht, dass die Häuser auf der gegenüberliegenden Seite des Gässchens bloße Phantome zu sein schienen. Die Tür von Scrooges Kontor stand offen, damit er seinen Kontoristen Bob Cratchit im Auge behalten konnte, der nebenan in einem trübseligen Kämmerchen eine Art Wandschrank Briefe kopierte. Scrooge hatte ein sehr kleines Feuer, aber das Feuer des Kontoristen war umso viel kleiner, dass es wie eine einzelne Kohle aussah. Der Kontorist konnte nicht nachlegen, denn die Kohlenkiste hielt Scrooge in seinem eigenen Zimmer. Und so wie der Angestellte mit der Kohlenschaufel in der Hand eintrat, prophezeite der Chef unfehlbar, ihre Wege würden sich wohl bald trennen. Weshalb der Kontorist seinen langen, weißen Wollschal umband und sich an der Kerze zu wärmen versuchte, doch, weil er nicht viel Fantasie besaß, gelang es ihm nicht. »Fröhliche Weihnachten, Onkel!« »Grüß Gott!«, rief eine muntere Stimme. Sie gehörte dem Neffen von Scrooge, der so rasch eingetreten war, dass Scrooge seiner erst bei diesem Anruf gewahr wurde. »Pah!«, sagte Scrooge. »Unsinn!« Er war bei seinem raschen Gang durch Frost und Nebel so warm geworden, dieser Neffe von Scrooge, dass er förmlich glühte. Sein hübsches Gesicht war gerötet, seine Augen funkelten und sein Atem dampfte. »Weihnachten? Ein Unsinn, Onkel!«, rief der Neffe. »Das meinst du doch nicht im Ernst!« »Doch!«, sagte Scrooge, »fröhliche Weihnachten! Mit welchem Recht willst du fröhlich sein? Aus welchem Grund willst du fröhlich sein? Du bist arm genug!« »Na also!«, erwiderte der Neffe lustig. »Mit welchem Recht willst du verdrießlich sein? Aus welchem Grund willst du mürrisch sein? Du bist reich genug!« Da Scrooge im Augenblick keine bessere Antwort einfiel, sagte er wieder »Pah!« und sagte hinzu »Unsinn!« »Ach, Onkel, sei nicht ärgerlich!«, bat der Neffe. »Was soll ich denn sonst sein in einer solchen Narrenwelt?«, versetzte der Onkel. »Fröhliche Weihnachten!« »Du mit deinen fröhlichen Weihnachten!« »Was bedeutet denn Weihnachten für dich?« »Eine Zeit, in der du Rechnungen zahlen musst, ohne Geld zu haben. Eine Zeit, in der du plötzlich um ein Jahr älter, aber um keine Stunde reicher bist.« »Ach, Onkel!«, bat der Neffe. »Neffe!«, erwiderte der Onkel hart. »Feiere Weihnachten auf deine Art, aber lass es mich auf die meine feiern.« »Feiern?«, wiederholte der Neffe. »Du feierst es ja eben nicht.« »Ja, dann lass mich doch in Frieden damit!«, entgegnete Scrooge. »Möge es dir wohl bekommen, was es dir schon Gutes gebracht hat.« »Ja, es gibt gewiss viele Dinge, die mir zum Guten hätten gereichen können und die ich nicht richtig genutzt habe,« versetzte der Neffe. »Und Weihnachten mag dazugehören, aber jedes Mal, wenn das Christfest wiederkehrt, da habe ich es als eine gesegnete Zeit betrachtet, als eine freundliche, versöhnliche, barmherzige, fröhliche Zeit meines Wissens. Die einzige Zeit im langen Jahreskalender, zu der die Menschen einmütig ihr Herz auftun und an Tieferstehende zu denken scheinen, als wären sie tatsächlich Wandergefährten auf dem Weg zum Grabe und nicht eine andere Art von Geschöpfen, die andere Ziele verfolgten. Und darum glaube ich, Onkel, dass es mir noch viel Gutes bringen wird. Und darum sage ich, Gott segne es.« Der Konturist in seinem Kasten klatschte unwillkürlich Beifall. Doch er wurde sich augenblicklich der Unziemlichkeit dieses Tuns bewusst und schürte aus Verlegenheit das Feuer, womit er den letzten schwachen Funken endlich auslöschte. »Lassen Sie mich noch einen Laut hören, und Sie werden zur Feier des Christfestes Ihre Stellung verlieren,« sagte Scrooge. »Du bist ja ein gewaltiger Redner, mein Freund«, fügte er hinzu, zu seinem Neffengewand. »Ich staune, dass du noch nicht im Parlament bist.« »Ach, Onkel, jetzt sei nicht ärgerlich. Komm morgen zum Essen zu uns.« »Haha, warum? Warum hast du geheiratet?« »Ja, weil ich mich verliebt habe.« »Weil du dich verliebt hast,« knurrte Scrooge, »als sei dies das eine und einzige Ding auf der Welt, das noch lächerlicher wäre als fröhliche Weihnachten. Guten Abend.« »Na, ich verlange nichts von dir. Ich habe dich nie um etwas gebeten. Warum können wir nicht gute Freunde sein?« »Guten Abend,« sagte Scrooge. »Ach, es tut mir vom Herzen leid, dass du so abweisend bist. Wir hatten nie einen Streit, bei dem ich mitgetan hätte, aber ich habe Weihnachten zu ehren, mein Möglichstes versucht und will meine weihnachtliche Stimmung bis zuletzt bewahren. Onkel, fröhliche Weihnachten. Guten Abend und ein glückliches neues Jahr. Guten Abend,« sagte Scrooge. Trotzdem verließ der Neffe das Zimmer ohne ein zorniges Wort. Inzwischen verdichteten sich der Nebel und die Finsternis dermaßen, dass draußen Leute mit brennenden Fackeln herumliefen und den Kutschern ihre Dienste anboten, nämlich vor den Pferden herzugehen und ihnen den Weg zu weisen. Ein uralter Kirchturm, dessen mürrische alte Glocke durch ihr gotisches Fenster hinterhältig auf Scrooge hinabzuschielen pflegte, wurde unsichtbar und schlug die Stunden und die Viertel mitten in den Wolken und mit so zittrigem Nachhall, als klapperten ihm dort die Zähne in seinem erfrorenen Kopf. Immer noch mehr Nebel und Kälte, eine durchdringende, schneidende und beißende Kälte. Endlich kam die Stunde, zu der das Kontor geschlossen wurde. Scrooge stieg widerwillig von seinem hohen Stuhl herab. Morgen werden Sie wohl den ganzen Tag freinehmen wollen, sagte Scrooge. Ah, ja, Sir, wenn es konveniert. Es konveniert mir nicht, sagte Scrooge, und es ist ungehörig. Wenn ich Ihnen dafür eine halbe Krone vom Lohn abziehen wollte, würden Sie bestimmt finden, dass Ihnen Unrecht geschieht. Der Kontorist lächelte natt. Aber Sie finden nicht, dass mir Unrecht geschieht, wenn ich einen Tageslohn für keine Arbeit zahle, sagte Scrooge. Der Kontorist bemerkte, dass es ja nur einmal im Jahr wäre. Eine schlechte Ausrede, um jeden 25. Dezember einen Menschen zu bestehlen, sagte Scrooge, während er seinen dicken Mantel bis zum Kinn zuknöpfte. Aber ich muss Ihnen wohl den ganzen Tag geben. Na ja, na ja, kommen Sie übermorgen umso früher. Der Kontorist versprach es, und Scrooge entfernte sich mit einem knurrenden Laut. Er, Scrooge, nahm sein trübseliges Mahl in seiner gewohnten trübseligen Kneipe ein, und nachdem er alle Zeitungen gelesen und sich noch eine Weile lang mit seinem Bankbuch beschäftigt hatte, ging er nach Hause, um sich schlafen zu legen. Er wohnte in einer Wohnung, die ehemals seinem verstorbenen Kompanion gehört hatte. Jetzt war das Haus alt und verödet, denn es lebte kein Mensch darin außer Scrooge. Alle anderen Räume waren als Büros vermietet. Die Gasse war so dunkel, dass sogar Scrooge, der hier jeden Stein kannte, sich mit den Händen weitertasten musste, und der eisige Nebel trieb sich so dicht vor dem alten schwarzen Haustor herum, dass es schien, als säße der Wettergeist in kummervolle Meditation versunken auf der Schwelle. Nun ist es Tatsache, dass der Türklopfer sich durch keinerlei Eigentümlichkeit auszeichnete, außer, dass er sehr groß war. Es ist gleichfalls Tatsache, dass Scrooge ihn, seit er in dem Haus wohnte, Tag um Tag, abends und morgens gesehen hatte, und auch, dass Scrooge so wenig von dem besaß, was man gemeinhin Fantasie nennt. Und jetzt erkläre mir einer, wenn er kann, wie es kam, dass Scrooge, während er seinen Schlüssel ins Schloss steckte, in dem Klopfer plötzlich ohne jeden dazwischenliegenden Verwandlungsprozess keinen Klopfer sah, sondern Marlies Gesicht. Marlies Gesicht. Es lag nicht in undurchdringlichem Schatten, wie die anderen Dinge in der Gasse, sondern leuchtete in einem trüben Licht. Es sah auch nicht zornig oder wild drein, sondern blickte Scrooge an, wie Marlies zu tun, pflegte die geisterhafte Brille auf die geisterhafte Stirn hinaufgeschoben, sonderbarerweise war das Haar leicht bewegt, wie von heißer Luft oder menschlichem Atem, und die Augen starrten völlig unbeweglich, obwohl sie weit offen standen. Dieser Umstand und die fahle Farbe machten es zu etwas Grauenhaften. Als Scrooge seinen Blick fest auf das Phänomen richtete, war es wieder ein Türklopfer. Es wäre eine Unwahrheit zu behaupten, dass er nicht erschrak oder dass er sich nicht eines furchtbaren Gefühls in seinem Blut bewusst wurde, wie er es Zeit seines Lebens nie gekannt hätte. Doch er legte wieder die alte Hand auf den Schlüssel, den er unwillkürlich losgelassen hatte, drehte ihn mit Festigkeit um, trat ein und zündete eine Kerze an. Ein halbes Dutzend Gaslaternen von der Straße. Draußen hätten das Treppenhaus nicht allzu hell beleuchtet. Man kann sich also denken, dass es mit Scrooges armseliger Kerze noch ganz hübsch finster war. Scrooge marschierte hinauf, ohne sich einen Deuter rumzuscheren. Finsternis ist billig, und darum war Scrooge ihr gewogen. Doch bevor er seine schwere Tür schloss, durchmaß er seine Zimmerflucht, um zu sehen, ob alles in Ordnung wäre. Die Erinnerung an das Gesicht unten war gerade noch eindrücklich genug, um ihn dazu zu veranlassen. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Rumpelkammer, alles, wie es sich gehörte. Niemand unterm Tisch, niemand unterm Sofa, ein kerkliches Feuer im Kamin, Teller und Napf griffbereit und auf dem Kamineinsatz das Töpfchen Haferschleim. Scrooge hatte einen Schnupfen. Niemand unterm Bett, niemand im Wandschrank, niemand in seinem Morgenrock, der in einer verdächtigen Pose an der Wand hing. Rumpelkammer wie gewöhnlich, ein altes Kamingitter, alte Schuhe, zwei Fischreusen, ein dreibeiniger Waschständer und ein Schürhaken. Völlig befriedigt schloss er die Tür, sperrte sie ab und drehte den Schlüssel gegen seine sonstige Gewohnheit zweimal im Schloss um. Solchermaßen, gegen jede Überraschung gesichert, legte er seine Krawatte ab, schlüpfte in Morgenrock und Pantoffeln, setzte die Nachtmütze auf und nahm am Feuer Platz, um seinen Haferschleim zu essen. Es war wahrhaftig ein sehr kerkliches Feuer, ein Nichts an einem so eiskalten Abend. Als er den Kopf im Sessel zurücklehnte, fiel sein Blick zufällig auf eine Klingel, eine nicht mehr gebrauchte Klingel, die im Zimmer hing und aus irgendeinem längst vergessenen Grund mit einem Raum im obersten Stockwerk des Hauses in Verbindung stand. Mit großem Erstaunen und einem seltsamen, unerklärlichen Grauen sah er, dass diese Glocke unter seinen Augen zu schwingen begann. Zunächst so sacht, dass sie kaum einen Laut hervorbrachte, doch bald schallte sie laut und mit ihr jede andere Glocke im ganzen Haus. Das dauerte vielleicht eine halbe Minute oder eine Minute lang, aber Scrooge dünkte es wie eine Stunde. Die Glocken verstummten jäh, alle auf einmal, wie sie auch zu läuten begonnen hatten. Ihre Klänge wurden von einem rasselnden Geräusch in den untersten Tiefen des Hauses abgelöst, als schleppte jemand eine schwere Kette über die Fässer im Keller des Weinhändlers. Da erinnerte sich Scrooge gehört zu haben, dass Gespenster in Spukhäusern Ketten hinter sich herschleppen sollen. Die Kellertür flog mit einem gewaltigen Dröhnen auf und jetzt hörte er das Geräusch viel lauter im Erdgeschoss. Dann kam es die Treppe herauf und geradewegs auf seine Tür zu. Unsinn, sagte Scrooge. Ich will es nicht glauben. Trotzdem erbleichte er, als es, ohne anzuhalten, durch die schwere Tür kam und vor seinen Augen ins Zimmer eindrang. Bei seinem Nahen loderte das erloschende Feuer auf, als rief er es, ich kenne ihn, Malis Geist, und sank wieder zusammen. Dasselbe Gesicht. Genau dasselbe Gesicht. Nein, und sogar jetzt glaubte er es noch nicht, obwohl er durch das Gespenst hindurchblickte und es vor sich stehen sah, obwohl er die eisige Wirkung seiner todeskalten Augen spürte, war er noch immer ungläubig und traute seinen eigenen Sinnen nicht. Na nun, sagte Scrooge, sarkastisch und kühl wie eh und je, was willst du von mir? Viel. Malis Stimme, daran war nicht zu zweifeln. Wer bist du? Na frag mich, wer ich war. Wer warst du also? sagte Scrooge, die Stimme anhebend. Für einen Schatten nimmst du es ja genau. Im Leben war ich dein Kompagnon, Jacob Marley. Kannst du, kannst du dich hinsetzen? fragte Scrooge mit zweifelndem Blick. Ja, das kann ich. Dann nimm Platz. Du glaubst nicht an mich, bemerkte der Geist. Nein, das tue ich nicht, sagte Scrooge. Was immer du bist, steigst du eher aus der Bratpfanne auf als aus dem Grabe. Unsinn, sag ich. Nichts als Unsinn. Daraufhin stieß das Gespenst einen so grauenhaften Schrei aus und schüttelte seine Kette mit einem so entsetzlichen und schaurigen Geräusch, dass Scrooge sich krampfhaft an seinem Sessel klammerte, um einer Ohnmacht zu widerstehen. Scrooge fiel auf die Knie und schlug die Hände vor's Gesicht. Gnade, rief er, fürchterliche Erscheinung, warum verfolgst du mich? Mann, mit dem weltlichen Verstand, erwiderte der Geist, glaubst du an mich oder nicht? Ich glaube an dich, rief Scrooge, ich muss an dich glauben, aber warum wandeln Geister auf Erden und warum suchst du mich ein? Von jedem Menschen wird gefordert, versetzte der Geist, dass der ihm innewohnende Geist unter seinem Mitmenschen umherwandere, weit und breit und wenn der Geist es im Leben nicht tut, ist er dazu verurteilt, diese Pflicht nach seinem Tode zu erfüllen. Er ist dazu verdammt, durch die Welt zu ziehen, um als stummer Zeuge mit anzusehen, woran er nicht mehr teilhaben kann, woran er aber in seinem Erdenlauf hätte teilnehmen können und sollen, um es zum Guten zu wenden. Wieder entrang sich dem Gespenst ein lauter Schrei und es rasselte mit seiner Kette und rang verzweifelt seine Schatten auf der Hände. Na, du bist gefesselt, murmelte Scrooge zitternd. Sag mir, warum? Ja, ich trage die Kette, die ich im Leben schmiedete, erwiderte der Geist. Ich schuf sie Glied um Glied, Elle um Elle. Ich legte sie aus eigenem, freiem Willen um und trug sie aus eigenem, freiem Willen. Ist dir das Gefüge genug? Scrooge zitterte mehr und mehr. Oder möchtest du wissen, wie lang und gewichtig die starke Kette ist, die dich selbst umwindet? Fuhr der Geist fort. Vor sieben Weihnachtsabenden kam sie dieser hier an Gewicht und Länge gleich und seither hast du daran wacker weitergeschafft. Es ist eine gewaltige Kette. Och, Jacob, rief er flehend. Sag mir mehr, mein alter Jacob Marley. Sprich mir Trost zu, Jacob. Den kann ich dir nicht schenken, erwiderte der Geist. Er kommt aus anderen Regionen, Ebenezer Scrooge, und wird von anderen Mittlern und Menschen anderer Art gewährt. Du warst doch immer ein guter Geschäftsmann, Jacob, stammelte Scrooge. Geschäft, rief der Geist händeringend. Die Menschheit wäre mein Geschäft gewesen, das allgemeine Wohl wäre mein Geschäft gewesen. Mitleid, Barmherzigkeit, Nachsicht, Wohlwollen, dies alles wäre mein Geschäft gewesen. Meine beruflichen Unternehmungen waren nur ein Tropfen im grenzenlosen Ozean meiner Geschäfte. Höre mich, rief der Geist, meine Zeit ist fast um. Ja, ich höre, sagte Scrooge, aber sei nicht so hart zu mir. Dies ist kein geringer Teil meiner Buße, fuhr der Geist fort. Heute Nacht bin ich hier, um dich zu warnen und dir zu sagen, dass du noch eine Möglichkeit und eine Hoffnung hast, meinem Los zu entrinnen. Eine Möglichkeit und eine Hoffnung, Ibeniza, die ich dir erwirkte. Ach, danke vielmals, sagte Scrooge, du warst mir immer ein guter Freund. Du wirst von drei Geistern heimgesucht werden, fuhr das Gespenst fort. Erwarte den ersten Morgen, wenn die Glocke die erste Tagesstunde schlägt. Erwarte den zweiten, in der darauffolgenden Nacht zur gleichen Stunde und den dritten eine Nacht später, wenn der letzte Schlag der zwölften Stunde verhallt ist. Mich wirst du nie wieder erblicken. Sieh um deiner Selbstwillen zu, dass du dich an dieses Gespräch erinnerst. Der Geist entfernte sich, rückwärts schreitend, von ihm. Scrooge folgte ihm in verzweifelter Neugier bis ans Fenster und blickte hinaus. Die Nacht war wieder still, wie vorhin, als er nach Hause zurückkehrte. Scrooge schloss das Fenster und untersuchte die Tür, durch die der Geist eingetreten war. Sie war doppelt verschlossen, wie er es mit eigener Hand getan hatte, und die Riegel unberührt. Und da er sich infolge der Aufregung äußerst ruhebedürftig fühlte, ging er geradewegs zu Bett und sank, ohne sich erst auszukleiden, augenblicklich in tiefen Schlaf.